Moin und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch die kleine Argento Nobel, je nachdem wie man sie nennen möchte. Wir haben hier ein Kaliber von 20 mm, 10 Schuss, 84,2 Gramm NEM, 15 Sekunden brenndauernde Effekthöhe von 25 Meter. Beschrieben sind blaue Peonis mit rotem Blinkstern und Corollawein mit grünen Blinkstern. Richtig, richtig schönes Ding, schöne 10 Schüsse von Argento. Ich würde sagen das Bild sieht gar nicht mal so schlecht aus, also ich bin mal sehr gespannt wie die sein wird. Ich würde sagen das schauen wir uns jetzt an, denn wir zünden sie jetzt und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß Leute. So, Argento Nobel. Richtig schöne kleine Batterien. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.